So, Tachennasenbären, wie versprochen, werden wir ja diese Eisenbahner transportieren. Das habe ich ja im letzten Video schon angesprochen, dass wir diese Eisenbahn nun nach Brüssel transportieren werden. Ja, im letzten Video hatten wir nur um einiges mehr PS an am Arsch. Dieses Mal haben wir jetzt seit 750 PS. Wir müssen 70 Tonnen im Winter transportieren. Und dieses Mal halt nach Brüssel. Ja, das ist jetzt viel realistisch aufgebaut, weil, wie ihr seht, er zieht nicht mehr ganz so gut. Also jetzt zieht sie schon viel schwerer natürlich, logischerweise. Ist jetzt schließlich auch andere Dimensionen. Ich kann wiederholen, wenn ich etwas anderes für unsuche. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, wir haben die 45.000 übrigens bei uns an LKW jetzt hier geknackt. Ich nehme gerade noch auf. Ich weiß nicht, weil ich habe jetzt einen schweren Auftrag drauf. Ich habe noch 180 Kilometer. Kommst du, das macht doch schlecht, wie lange kommst du? Ja, ist schlecht, weil ich mich ja hier konzentrieren muss auf die Straße. Wenn ich die ganze Zeit wegschau, dann baue ich bloß Unfälle. Guck! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt sind wir hier auf diesem Berg verreckt. Ja, es ist jetzt selber, wir treten durch. Wir kommen jetzt mal in Hessen lang. Wir müssen dann zweit lang. Und sie genau vorwärts. Ja, freilich. Und wir müssen hier natürlich alle wieder vorbeipätschen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und die Ware ist garantiert überfällig genau. Jetzt kriegen wir natürlich auch kein Geld mehr dafür. Aber was sollen wir machen? Und die Ware ist garantiert. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020